Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu einer Hausfahrt, wie immer. Heute geht es von München nach Regensburg und ja, mal schauen wir es bis gleich. Ja, hallo Leute, da sind wir heute wieder ganz normal, mit normalen Fletsbus, es regnet immer noch hier. Ja, sagen wir mal, schauen, dass wir nicht mal vergessen. Hallo, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Jo, Regensburg, wir fahren mal hier, natürlich. Na. Danke. 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 Ja. Du unterstützt sich. Hallo, bin ich hier richtig? Jaaaa. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Wir fahren nach Regensburg! ja und jetzt könnte ich bitte ein ticket bei ihnen ich habe mich nur verdruckt und mir leid, gleich renn sie es wieder bitte sehr, was ist mit dir? so, wir müssen wir da haben hoffentlich alle so, wir bieten euch das Gewichtschau abonnieren und so, los geht's mein Nagel ist angerissen das schweiß ich mir da da hängt es das ist nichts das fuhren wir doch gleich weiter Sind Sie gerade geblitzt worden? Nein. Das ist rot. Das Gämmel-Scheinwerfer. Das ist vertigolle. Was war noch? Was war noch? Englisch. Ich will dich doch scheiben mischen. Ich bin so blöd wie alles. Ich muss jetzt mal soßen. Ich muss jetzt mal soßen. Das sind doch meistens irgendwo im Lenkrad, oder? Ich seh nix. Ich bin hier falsch. Entschuldigung. Es ist grün. Ich hab Zeit verloren. Ich muss da rüber. Haben wir gerade etwas überfahren? Nein. Ich hab Zeit verloren. Ich muss da rüber. Oh. 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 Guten Tag. Warum soll man sich also anschneiden? Ich seh nix. Was wir sagen, mich vergeht. Was geht, was mag ich. Ach serien. . Ach. 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 Danke! Das Haus könnte nicht größer werden. Ich weiß, ein bisschen, aber... Das ist ein Stil. Was war das? Hast du dir hofft damit, denn das war das. Nichts wurde es. Ich habe aber nicht ein Screenshot gespeichert. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Ich bin gerade gesprungen. Cold Sea, was soll ich erläutern? Cold Sea ist, wenn ihr noch irgendjemand kennt. Ich bleibe jetzt nicht mal stehen. Ich muss jetzt echt mal schauen, wo es hier... Ist er beschissene? Ich bin echt ein Riot, glaube ich. Aber eigentlich hier, oder? Ich muss die Windschutzscheibe heizen, das bringt mir auch nichts. Ich muss die Windschutzscheibe heizen, das bringt mir auch nichts. Ich habe Blinker gefunden. Oh, hier. Ich bleibe gerade ein bisschen, aber... Hier. Ich weiß nicht, dass er nicht verfügbar ist, aber er macht es ja nicht. Aber das ist ja die Windschutzscheibe, oder? Das ist ja die Windschutzscheibe, oder? Das ist das Sonnendach? Ja, das ist der Scheibenwischer. Ja, Leute, geht nicht, wenn wir so weiter fahren. Jetzt geht es auf einmal. Warum geht es jetzt auf einmal? Sonntagsfahrer Ich bin einfach ein bisschen wahnsinnig. Ich bin einfach ein bisschen wahnsinnig. So. Jetzt aber ein bisschen hier Kontinents wie warm. Und noch die letzten 140 Kilometer gut runterspielen. Der... Scheibenwischer geht. Warum der auch immer nicht gegangen ist. Keine Ahnung. Jetzt können wir da hinrasen. Ja, es klemmt. Ich muss Zeit anholen. Hier wegen Regen. Ich muss Zeit anholen. Hier wegen Regen. Hier wegen Regen. Ich musste Zeit anholen. Hier war auf einmal. Hier war der Flugzeug. Da ist jetzt auch auf einmal los. Hier sind die Regenverurteilung. Ich habe ein paar Filmen vergessen. Mein Michai... Warum kommt mir dieses Lied? die Woche so wieder in den Kopf zurück. Ganze Woche habe ich hier dieses Zeitlied. Ich weiß nicht, wo alles kommt. Ja, bisschen nichts Ereignisreiches passiert in der Fahrt bis jetzt. Alles wie immer top gefahren und diese paar roten Ampel, die ich überfahren habe. Was passiert? Wisst ihr euch? Wenn sie nichts sind, sagst du mal hoch oder? Oh, gern Kaffberg. Wie ihr seht, ich werde noch auffahren an die Ostsee. Schauen da mal abgrasen. Also nicht das gleiche wie letztes Mal. Hier wahrscheinlich nächste Station Nürnberg. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, mal schauen, ob es so schnell eine Weiterfolge gibt. Außer wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass ich weiterspiele und ihr sagt, ne, das kann doch nicht sein, das ist gar kein Fernruf Sonnenuntergang gibt. Dann schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ich glaube, dass das hier viele noch hören. Auch wenn ich glaube, dass das hier viele noch hören. Das ist 21.11 Uhr. Also, ja. Einfach toll hier. Wunderschön. Ich bin länger keinen Unfall mehr gehabt. Das markiere ich gleich im Kalender. Und, ja. Und, ja. Ich muss mich hier einordnen, denn ich muss runter inschein. Jo, denn ich muss noch Regensburg. Und dann mit dem Taxi her. Was war denn jetzt? Hab ich meinen Kaffee verschüttet. Ich war so schön und dann aus irgendeinem Grund macht's bumm. Ich bin jetzt wirklich nicht so schnell da runter gefahren. Das Taxi fahre ich auch. Ich meine, okay, ich bin ein Bus mit 20.000 Tonnen, aber egal. Was soll das? Echt schön so. Also wirklich schön, muss ich sagen. Rendenberger. Gefällt mir. Ich bin jetzt nur 70er, glaubt. Ich bin eh so nachtsblind. Und dann muss ich hier rumfahren. Wir werden da nicht bleiben. So, stand der Spruch. Bauchtrainingspiel. Noch 51 Kilometer. In Regensburg war ich ja auch schon mal. Ich hab mal gesagt, ja. Also ich hab nur den Bahnhof gesehen, aber da bin ich auch gesessen, weil ich umsteigen musste. Da kann man immer sagen, hey, in Regensburg war ich auch schon. Schon mal? Ja. Du bist am knotsig. Ja. Ja. Aber du bist bestimmt, nicht irgendwo? Ja. überholen gehe ich nicht zu viel gegenverkehr so müssen wir dann das nächste Achtzger rumfahren da schau ich aber aufs Dach ruhen und fahr ich mal raus aber jetzt kann es gehen oder? jetzt geht's aha perfekt das ist wohl meine Hörer perfekt jetzt sind wir Achtzgerlaubt ich mache Nachtfahrten echt nichts also ich bin glaube ich ein bisschen nachtblind ja wie gesagt zum Glück hat es Fertzger den Führerschein in der Familie muss sie fahren da wollte ich überholen und der macht der Bauch hat wieder zu Humus und so wird es jetzt nicht weiter der rote Dalo oh so does hier ist der Sternenhammer 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 dann da Moderat Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin zu Fuß ablaufen. Ach scheiße, ich setze mich auf die Parkwand. So, das war's jetzt Leute. Jetzt schauen wir uns wie immer noch an, was wir gemacht haben. Wir haben alle Passagiere mitgenommen. Ja, das ist toll hier. Schaut euch das an. Ja, das ist ja. Na, nur Minus 10, jetzt mal Minus 12. Und Fahrverhalten, naja, geht. Und ja, damit war's das. Ich hoffe es hat euch gefallen, meine chaotische Fahrt. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt beim nächsten Mal. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.